was würdest du tun wenn du eine woche lang einmal spielen könntest? erstmal muss ich ganz ehrlich sagen ich würde vor Freude verlocken weil ich bin wenn ich mal wenigstens einmal die woche spielen könnte muss ich ganz ehrlich sagen aber man kann es jeder aus seinem und ich muss ehrlich sagen ich würde es dann auch eher so machen ich würde ein paar runden davon leiten wollen ich würde dann allerdings aber auch gerne von jemand an die er rüber nehmen lassen und einfach nur spielen wollen und dann könnte das eigentlich ziemlich lustig werden muss ich sagen aber ja ansonsten würde ich sagen und dann würde ich noch sagen es ist vielleicht für offline gruppen ein bisschen schwierig aber vielleicht doch ein bisschen mehr so für online runden oder so wer weiß er sucht euch sechs leute also falls ihr mal eine woche zeit habt sucht euch sechs leute und besprechen untereinander welches system ihr spielen wollt dann schreibt jeder von euch eine kleine geschichte und dann leitet jeder einer von euch einmal einen tag während die anderen immer spielen und dann kann daraus ja zumindest in meiner vorschule dann auch so ziemlich lustige woche werden wenn ihr keine ahnung die sa spiel den havena anfängt und am nächsten tag dann plötzlich ein anderer gast seid der